Fjuli, seit du weg bist, ist alles noch viel schlimmer geworden. Was glaubst du, warum ich zurück bin? Du bist nicht in der richtigen Verfassung für den Kampf, der vor uns liegt, alter Freund. Ich nehme das persönlich. Nur sehr wenige wissen von den Kriegen, die auf diesem Planeten im Verborgenen ausgefochten wurden. Fühlst du dich schuldig? Wo sind die Avengers? Ich muss in diesen Krieg ziehen. Allein. Sie sind der meistgesuchte Mann auf diesem Planeten. Sie wissen nicht, was die mit ihnen vorhaben. Der große Nick Fjuli. Eine letzte Schlacht. No. Du Oh, das ist drin. Bock laicht? Ich hab mir. EierEL cash an?